Da ist noch so einer. Okay. Da drunter komme ich vielleicht so durch. Häpscht. Wo geht's denn lang? Morgen! Oh. Hopp. Hallo. Ich brauche Gesundheit. Ich möchte Gesundheit kaufen. Ist mir bereits aufgefallen. Ähm, gut. Äh, ja. Und schon geht's dann wieder proper. Super und so. Wundervoll. Hier können wir nicht rein. Hochsicherung, äh, Sicherheitslagereinrichtung. Okay. Ein Geschutzturm. Na toll. Wofür heile ich mich denn? Hallo? Ah! Ganz blöde Idee. Ich wollte gerade eins umschießen und den anderen hochheben. So was geht nämlich. Zumindest geht das in Teil 2. Weil ich verwechsel ich das gerade nur. Ähm. Okay, mir geht's ja noch relativ gut. Okay. Dann möchte ich mal nichts zahlen. Noch mehr davon. Ich schätze mal, das können wir austricksen. Ich muss zwar durch die Auslöser gehen, aber... Wo ein Schalter ist, ist auch ein Weg. Wir machen mal die Feuertür zu. Achtung, an allen Angehörigen des Militärs. Es hilft damit zehn Alarm der höchsten Spuren. Okay. Vorsicht, Rutschgefahr! Echt? Ja. Hopp. Leute, möglichst nicht bewegen jetzt, ne? Kommt nicht so gut. Ja, es hat mir bereits geholfen. Hallo da, ja. Okay, wir haben da wieder... Ach, verdammt. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin verabreicht. Energie jetzt auf 15 Prozent. Na ja. Das lief ja echt nicht so gut. Alles klar, ähm... Mir geht's wieder wundervoll. Energie jetzt auf 30 Prozent. Hui. Ich geh mal hier oben lang. Weil ich's kann. Und vielleicht auch muss, weil da alles zugebaut ist. Ich schaue jetzt auch mal nicht in die Kisten rein, sondern versuche mich, äh, weiterzukommen. Endlich gerettet. Im Himmel sei Dank, dass endlich jemand... Ey, Junge! Soja wohl mal nicht, ne? Nicht, wenn der Freeman hier ist. Der Gordon-mäßig. Okay. Anwohnerangehörig des Militärs. Wir stehen unter ABC-Alab. Gut... Ah, ich muss hier raus. Im wahrsten Sinne. Das geht aber schnell. Junge, lauft auch nicht direkt. Na, toll. Morgen! Was passiert hier? Nein! So, wir sind wieder da. Kann die Action aber weitergehen, ne? Actions! Hey! Danke für die Granate, ich hab grad keinen Bedarf. Ähm, hallo! Nein, 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 nein! Das war nicht so schlau. Ich brauch ein bisschen von dieser Energie, bitte. Und davon. Okay, ich bin bereits mit weniger Gesundheit zur Arbeit gegangen. Du sagst nicht. So, alles gut hier? Leute? Gut. Ja, gar kein Problem. Hier geht's lang. Ich geh da mal so, diese Weise hier irgendwo, ne? So lang, ja. Es gibt keinen vernünftigen Weg, ne? Schwupp, schwupp. Ah, nicht! Auf die Minen schießen, bitte. Okay, wir machen das, äh, wie folgt. Der Plan steht. Wir nehmen hier... Wir nehmen hier... L-Granate. Und, äh... Ja, halten die fest. Anschließend gehen wir mal dieses Vorderband entlang, weil, äh... Vielleicht bringt das irgendwas. Boah, mit aller Kraft rennen wir hier hoch. Boah! Streng die... Akademische Beinchen an. Finden was, um uns aufzuladen. Auch schön. Okay. Das ist lagenuckelt. Das macht uns gar nichts, denn wir wollen jetzt nämlich, äh... Weiter gehen auf das Vorderband. Uh! Nein, nein, nein. Und... Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, kleiner Gordon. Da sind explosive Fässer. Und der da ist auch nicht mein Freund. Da ist wer. Ich habe gesiegt. Der Witz ist, äh... In der deutschen Version haben zwar jetzt keine Roboter mehr, gegen die wir kämpfen. Allerdings haben sie trotzdem ihre Roboterstimme halt. An der Hallen gehörig des Militärs. Der Skilf war in 10er lang, der wächsten Stufe. Ich muss mal kurz gucken, wo es lang geht. Ich glaube... Da wäre ich jetzt runtergekommen, ne? Das heißt, ich, äh... Mache mal so. Und treffe voll daneben. Mit einem Schrotgewehr. Ach, zwei Meter Entfernung. Machen wir hier durch. Hallo. Nicht schießen. Ich gehöre zurück zu dir. Ach, Leute. Das klappt auch nie. Ah. Hallo. Nehmt mich mit. Ich bin der Einzige, der... Ich bin der Einzige, der... Ich bin der Einzige, der... Hallo. Oh. 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 Habt ihr euch gerade gegenseitig umgebracht? Morgen! Oh nein! Nein! Er hat gerade eine Granate gegen eins der Attackenviecher geschmissen und das wurde euch ausgelöst. Hey! Das finde ich super gut. Ich laufe mal kurz durch, ne? Ich hab ja eh nichts davon, wenn ich gegen euch kämpfe, aber... Oh! Hier! Mann! Wollte ich jetzt gar nicht. Wollte... Das nehmen. Na. Hättest du ruhig mal nachladen können, Freund. Okay. Hier ist Munition. Dankeschön. Hier geht's weiter. Schön. Ah. Ich weiß, wo ich lang muss. Also... Halt. Versuch ich da hinzukommen. Da vorne ist ein Fahrstuhl. Und ich will auch nur da hin. Hallo, hier für euch. Oh, Granate. Vorsicht. Ach drauf geschissen. Tschau. Ihr könnt euch schießen. Oh mein Gott. Na gut. Ich bin weiter. Mehr wollt ihr kommen. Wie gesagt. Ich habe nicht vor elegant zu spielen. Oder schön. Oder großartig. Ich möchte über euch kommen. Das ist wichtig. Guck mal. Ist doch alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles ruhig. Da ist ein Luftschrauber. Da ist ein Soldat. Wir sind Soldat. Da ist ein Bunker. Oder sowas. Hallo. Tschau. Tschüss. So. Ich schätze mal. Ihr könnt noch nicht folgen. Weil ihr seid dumm. Alles klar. Keine Panik. Hier ist zwar ein bisschen Drama. Aber. Kein Ding. Die kommen mir klar. Ich bin Stress gewöhnt. Sie werfen auch mal Granaten hinunter. Aber sie können. Nichts selber zu mir kommen. Mach da bitte mal auf. Ich würde mal sagen. Ich muss weiter. Wow. Das geht nicht auf. Dann muss ich eventuell. Hier. Dann muss ich eventuell. Da runter. Fuck. Ach. Hier ist wieder was los. Ähm. Ich geh mal da runter. Ne. Ich geh mal da runter. Ah. Ich weiß nicht was hier los ist. Aber. Ich möchte mich auch nicht. Äh. Unbedingt vor jedes Geschutzt stellen. Das könnte Kontraproduktiv sein. Alles klar. Tschuh. Ich habe zwölf wissenschaftliche Einheiten eliminiert. Keine Gegenwehr verzeichnet. Mhm. Ihr seid ja schon nette Leute. Moment mal. Ich mache mal auf. Kann ich das? Hallo. Freunde. Nein. Hier. Nein. Ich schleiche mich hier mal durch. Weil ich es halt kann. Hm. Ich sollte es hier scheinbar gar nicht lang. Na gut. Dann gehe ich jetzt einmal auf der anderen Seite. Daher komme ich. Dahin gehe ich. Ich gehe mal hier hinunter. Ich bin wieder hier. Energie jetzt auf 35 Prozent. Energie jetzt auf 50 Prozent. Oh. Hier ist nichts weiter. Alles klar. Alles klar. Schlafen Sie sich aus, Doc. Ich mache mal wieder zu. Geht nicht? Na gut. Entschuldigung. Ich gehe da mal wieder hoch, ne? Wo bin ich? Da. Ähm. Frage. Woher kam ich nochmal? Ich kam glaube ich von hier. Knifflig. Da muss ich nicht lang? Muss ich doch hier lang? Das ist mal los. Ah. Ich wusste, das war eine dumme Idee. Was war trotzdem? Auch schlau. Ich muss da mich mal lang quetschen. Oh. Ich bin auch wieder euch gefallen und äh. Lebe noch. Das ist sehr angenehm. Wo gehst du hier lang? Daten werden geladen. Das könnte gut sein. Ne. Könnte gut sein. Muss aber nicht zwingend. Okay. Ich schätze da mal, dass ich danach muss. Mal gucken. Nichts im Weg. Gut. So. Gleich haben wir es geschafft. Man konnte irgendwie sprinten, aber ich glaube es war auch nur Teil 2. Okay. Wir springen auch mal darauf und äh. Haben wieder 2 zur Auswahl. Hier sind wir. Typisch Regierung. Unter Abregelung verstehen die lediglich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Ihrem Schutzanzug nach zu urteilen würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun hatten. Ich was? Hören Sie. Wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, dann ist das Wissenschaftler-Team im Lambda-Komplex. Lambda? Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen und ich weiß daher nicht, wie Sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schaffen, durch das Raketen-Testlabor zu kommen, könnten Sie vielleicht durch den alten Tunnel schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftragen. Falls er überhaupt noch jemand am Leben ist. Die Leute da können Sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Danke. Gut. Ich nehme noch ein bisschen hiervon mit und öffne endlich das Silo, was wir schon vor Ewigkeiten noch mal gesehen haben. So, noch ein bisschen Energie für mich und dann heißt es, ja, Abschied nehmen, ne? Ciao! Explosionskrater. Schätze mal, das muss ich wegräumen. Damit. Oh, oh. Ach, was mache ich denn da? Die wollte ich haben. Ich komme mal durch. Geh mal schlafen, bitte. Hallo? Da ist der komische Spucker. Ich nehme dafür die Pistole. Der muss weg. Auto-Aim auf dem PC. Ist auch eine Seltenheit zu sehen. Oh! Morden! Aha! Okay, hier habe ich noch mal von allen etwas. Ich rufe dann mal den Wagen. Habe ich gerade schon gemacht, ne? Nein! Da geht's los. Und ich geh mit. Es ist ein Fahrstuhl. Hurra! Abwärts! Ja! Bähemals! Abwärts! Abwärts!